Ach ja, den Ruhestand genießen an einem schönen und ruhigen See. Mit dem eigenen Boot in den Abendstunden ein paar Kreise drehen, bis die Sonne untergeht und alles in warmen Farben schimmert. Dann geht es nach Hause zu den beiden Hunden und der wundervollen Ehefrau. So ist der Alltag des US-Amerikaners Stephen Clayton. Und beim Haus am See hört es noch lange nicht auf. Nein, Stephen hatte so viel Geld und es wurde immer mehr. Egal, wie viel er ausgibt, er würde immer reich sein. Klingt das nicht nach einem Märchen? Naja, fast, wenn da nicht die Tatsache wäre, dass man auch mit Geld nicht alles haben oder kaufen kann. Stephen hat noch keine Ahnung, dass seine Gutmütigkeit und sein Geld sein Ende bedeuten werden. Dieser Fall führt uns mal wieder in den bekannten sonnigen US-Bundesstaat Florida. Dieser befindet sich im Osten, ganz unten. Florida ist ein sehr beliebter Ort mit 21 Millionen Einwohnern, weil die Gegend hat viel zu bieten. Eigentlich alles. Malerische, wunderschöne Sandstrände, nicht zu warm, bis hin zu Disneyland. Ja, das ist auch da. Ich meine, was will man mehr, wenn man Strand und Mickey Mouse haben kann? Florida ist ein Paradies. Darum wohnen da auch so viele. Und die Hauptstadt Miami war sehr lange das Zuhause von ihm. Stephen Clayton Stephen DeWale Clayton wurde am 1. Mai 1954 in Miami, Florida geboren. Über seine ersten Jahre ist nicht viel bekannt, nur dass er mindestens eine Schwester hat und die erste Zeit für ihn nicht ganz einfach war. Was genau das heißt, weiß man nicht. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, für mich hört es sich so an, als hätte Steves Familie immer nie sonderlich viel Geld gehabt. Auf jeden Fall ist in ihm dadurch sehr früh der Wunsch entstanden, dass es ihm einmal besser gehen soll. Er wollte unbedingt eines Tages sehr viel Geld haben, erfolgreich sein und den Luxus, den er dann hat, wollte er aber auch genießen können. Und das macht Stephen dann auch. Er war in der Schule sehr motiviert und fleißig. Er wollte eine andere, eine bessere Zukunft für sich haben. Seine Familie meint, es war unglaublich. Keiner wusste, woher er das hat. Diese Motivation an sich selbst zu arbeiten, sich zu verbessern, das kam einfach von ihm aus. Und Stephen hat alles gemacht, um irgendwie weiterzukommen. Das College finanziert er sich, indem er nebenbei auf dem Bau arbeitet. Allgemein war er sehr aktiv, er hat sehr viel und gerne Sport gemacht, war gerne draußen unterwegs, mit einem Boot, Zelten und... Mit seiner nie enden wollenden Motivation bringt Stephen es dann auch sehr, sehr weit. Nach seinem Abschluss im Jahre 1976 ist er ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer, der von seinen Kollegen sehr bewundert wurde und dann ging das Ganze erst richtig los. In den darauffolgenden Jahren baut Stephen seine Karriere weiter aus. Er arbeitet in der Buchhaltung, guckt, dass er da gute Kontakte aufbaut, um dann Sponsoren zu finden, die ihm dabei unterstützen, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Das funktioniert dann alles auch. Stephen baut sich eine Art, ja, Reha-Zentrum, eine Einrichtung, wo man sich von allem erholen kann, sei es fünf Wochen oder nur ein Wellnesswochenende. Und diese Firma lief sofort so gut, dass Stephen bald im ganzen Land Filialen aufmachen kann und sehr, sehr schnell wurde Stephen damit mehrfacher Multimillionär. Tatsächlich ging das Ganze so schnell, dass, wenn man das mal nachrechnet, 76 hatte er seinen Abschluss und 1995, also gut 20 Jahre später, mit 41, hatte Stephen bereits so viel Geld verdient, dass er in Rente gehen konnte. Das war eine mehr als große Leistung. Er hatte mit nichts angefangen und nicht einmal 20 Jahre später hatte er genug verdient, dass er sagen konnte, mir reicht's, ich bin fertig, tschüss. Das war von Anfang an Stephens Plan, ganz schnell reich werden und dann den Luxus genießen oder anders gesagt nur noch das machen, was er wirklich machen möchte. Stephen wollte nicht 40 Jahre arbeiten gehen. Er wollte aufstehen, wann er will, essen, was er will und das hat er dann auch. Mit 41 Jahren stehen ihm dank seiner Millionen, auch wegen seiner Kontakte, alle Türen offen und er wusste dies sehr zu schätzen und auch gut und viel mit dieser Zeit anzufangen. Zuerst einmal nimmt er sich einige Jahre Zeit, die Welt zu sehen. Er besucht alle möglichen Städte, Orte, die er bisher nur aus Filmen oder Büchern kannte. Er genießt die Tatsache, dass er sich nur fragen muss, was mache ich morgen. Als er allmählich alles gesehen hat, geht es zurück nach Amerika. Stephen hatte einen sehr, sehr großen Freundeskreis. Er war sehr beliebt, weil er so eine inspirierende Art hatte. Aber gleichzeitig war er auch sehr lustig. Er hatte bei allem, was er tat, schon fast so eine, ja, kindliche Begeisterung. Er war nicht so dieser Klischee, unendlich erfolgreiche Business-Millionär, wie man ihn sich vielleicht vorstellen würde. Im Gegenteil, er war immer unterwegs, hat Ausschau gehalten, nach dem nächsten Spaß. Es waren die kleinen Dinge, die ihm Freude bereitet haben. Er hat immer geguckt, wo ist das nächste Abenteuer? Und er war einfach darum so super sympathisch. Nachdem er dann in Rente und nach seiner Weltreise wieder zu Hause war, hatte er aber tagsüber mehr denn je zu tun, eigentlich fast mehr wie vorher. Stephen war ja auch jemand, der gesagt hat, Ich will mein Wissen und mein Reichtum auch an andere weitergeben. Andere können das, was mir gelungen ist, doch auch erreichen. Er hat sehr, sehr viele Organisationen finanziell unterstützt, besonders die, die Freizeitaktivitäten für Kinder anbieten, wo die Eltern sich das nicht leisten könnten. Weil Steve war jemand, der ja selbst zu Beginn nichts hatte. Er wusste ganz genau, dass man mit Geld und dem richtigen Verein, den Kleinen eine Freude machen kann. Er hat nie vergessen, wie die Zeit war, in der er sich nichts leisten konnte. Und er hat auch nach wie vor ganz, ganz viele Kontakte gehabt in allen Branchen. Er hat sich immer mal wieder umgesehen nach Kleinunternehmern, die großes Potenzial hatten. Die hat er dann einfach unterstützt, indem er ihnen Geld gegeben hat oder einen Businessplan, in den meisten Fällen sogar beides, damit diese Leute dann ganz schnell erfolgreich werden. Und das hat er ganz oft in seiner Freizeit gemacht. Manche haben ihm später Geld gegeben, als sie erfolgreich waren. Steven hat einfach sein Wissen gerne weitergegeben. Und das auch umsonst, in den meisten Fällen. Manchmal hat er auch Studenten, wo er der Meinung war, die werden einmal ganz vieles verändern. Oder die Person hat einfach einen guten Charakter. Denen hat Steven einfach das College bezahlt. Steven hatte so viel Einkommen, auch nachdem er im Ruhestand war. Er hatte eine Network Company. Er hat mit Kunst nebenbei gehandelt. Also, er war Millionär, egal wie viel Geld er ausgegeben hat. Das Geld war weg und schon war die nächste Million wieder da. Das ging einfach nicht zu Ende. Ja, darum war er überall so beliebt. Er war dieser lustige, aber bodenständige Millionär, der sich aus dem Nichts etwas aufgebaut hat, in Rekordgeschwindigkeit, aber vergessen hat, woher er kam. Wie das ist, wenn man gar nichts hat, außer einen Willen, etwas zu verbessern. Und er wollte auch nicht, dass andere es so schwer haben wie er. Er war wirklich ein sehr inspirierender Mensch. Und wenn er Potenzial in dir gesehen hat, hast du sofort Geld von ihm bekommen oder das, was du gebraucht hast. Ja, bis jetzt ist das eine schöne Geschichte. Ein Mann, der nichts hat, holt sich all das und noch mehr. Steven hatte sich etwas Wunderbares aufgebaut. Dann hat er das einzig Richtige gemacht. Er hat es einfach nur genossen, dass er diese Privilegien hat. In der Rente hat er nur noch sich seinen Hobbys gewidmet. Gedichte schreiben, Gartenarbeit. Er wurde deswegen sogar einmal in der Zeitung erwähnt, weil sein Garten so schön ist. Doch ihr wisst, was das für ein Format ist. Ja, und obwohl man hier wieder sehr viele Lobeshymnen über Steven singen könnte, ein großer Wunsch von ihm ging nie in Erfüllung. Und das war der Wunsch nach einer eigenen kleinen Familie. Steven war sehr, sehr oft verheiratet. Tatsächlich war es so oft, dass man nicht einmal mehr sagen kann, wie oft. Die Quellen sagen, er war zwischen sechs oder sieben Mal verheiratet. Ja, er wollte, wenn ihm eine Dame gefiel, diese quasi sofort heiraten, weil er das eben noch unbedingt wollte. Das war das wirklich Letzte auf seiner Liste. Dieses Happy End. Doch warum keine dieser Ehen gehalten hat, darüber gibt es keine wirklichen Informationen. Was man weiß ist, dass Steven sich sehr engagiert hat, wenn die Ehefrau zum Beispiel eigene Kinder mit in die Beziehung gebracht hat. Die Stiefkinder, die Steven dann hatte, die haben sich später über ihn geäußert. Und alle meinten, er war unglaublich. Er hat uns behandelt, als wären wir seine eigenen. Er hat so viel für uns gemacht. Er hatte so eine Freude mit uns, einen Alltag zu haben. Er war so lustig. Und er hat sogar noch Kontakt gehalten, als die Ehe dann vorbei war. Steven wollte immer wissen, wie es allen geht. Er hat auch alle unterstützt. Egal bei was, finanziell oder wenn sie irgendwen zum Reden gebraucht haben. Er war immer da. In einem Fall hat eines dieser Stiefkinder später geheiratet, selbst ein Kind bekommen. Und Steven war so aktiv in dem Alltag, dass er sogar Opa genannt wurde. Und er hatte auch allgemein sehr viele Nichten und Neffen, die auch gesagt haben, Onkel Steven war der Beste. Wir durften ihn besuchen, wann immer wir wollten. Es war immer so toll in seinem großen Haus. Er hat immer super Sachen für uns organisiert. Und er hat es geliebt, wenn ganz viele Personen im Haus waren. Also das zeigt eigentlich schon, dass er einen sehr guten Charakter hatte. Nur war er vielleicht in einer Beziehung selbst vielleicht zu nett. Das gibt es ja auch. Wenn man alles bekommt, gibt es Partner, die sich dann tatsächlich langweilen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum Steven es nicht geschafft hat, eine Ehe zu halten. Vielleicht habt ihr eine Theorie. Er selbst war unendlich romantisch. Er war so der, der Briefe schreibt, Blumen schickt. Er hatte immer den Glauben, dass sein Happy End irgendwann kommt. Und auch andere haben es nicht verstanden, warum eine Frau nicht geblieben ist. Die hatten an seiner Seite alles. Schließlich führt Stevens Weg ihn nach South Carolina. Genauer gesagt zum Lake Wiley. Steven hatte ein eigenes Boot. Er kauft sich an diesem See, wo andere Urlaub machen, ein großes Grundstück und erbaut sich dort sein Traumhaus. Eine Villa, die aussieht wie das Haus von George Washington, also dem ersten Präsident. Und in dieser Zeit versucht Steve es mal wieder mit der Liebe. Dieses Mal heiratet er die zehn Jahre jüngere Lana Sue. Lana war Krankenschwester. Darum hatte Steven sich in sie verliebt. Er hatte sich bei seiner Partnerin immer jemanden gewünscht, der lieb ist und nach ihm guckt. So wird Lana dann recht schnell die sechste, vielleicht siebte Ehefrau. Und von da an wohnen sie gemeinsam auf Stevens Grundstück. Glücklich zusammen mit den beiden italienischen Windhunden Ginnes und Sadie. Doch dann kommt der Juli 2018. Wie Stevens Familie und Umfeld später sagen wird, hat Steven sich in dieser Zeit verändert. Und das ganz plötzlich. Zum Beispiel. Steven war so jemand, er war immer. Und ich meine immer am Smartphone. Egal was war. Selbst wenn er geschlafen hat, hat er doch recht schnell geantwortet. Und so ab Mitte Juli war das nicht mehr so. Und allgemein war es auf einmal kaum möglich, Steven überhaupt zu erreichen. Er geht nicht mehr ans Telefon, schreibt wenig bis gar nicht mehr zurück. Irgendwann macht er aber auch das nicht mehr. Und selbst wenn mal jemand ans Telefon geht, dann ist es Lana. Die sagt, ja, Steven fühlt sich momentan nicht so gut. Er schläft die ganze Zeit. Ich sage ihm, dass du angerufen hast. Und er meldet sich dann. Doch dieser Rückruf kommt immer seltener. Und dann gar nicht mehr. Irgendwann macht sich Stevens Schwester immer mehr Gedanken. So ab dem 17. und 18. Juli kriegt sie niemanden mehr ans Telefon. Steven antwortet gar nicht mehr. Und sein Smartphone ist auch ausgeschaltet. Das war noch nie. Aber sie denkt sich, okay, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Steven hatte in den letzten Jahren immer mal wieder gesundheitliche Probleme gehabt. Er war halt jemand, der alles gegessen hat, was er will. Er hatte darum auch in den letzten Jahren sehr zugenommen. Seine Werte waren eigentlich am Tanzen. Ihm wurde auch mehrmals gesagt, er soll ein bisschen mehr auf seine Ernährung achten. Aber Steven war bei sowas unbelehrbar. Er meinte immer, nö, ich esse, was ich will. Und auch wenn er dann mal etwas hatte, war er jemand, der nicht darüber redet, der versucht, das Ganze zu ignorieren, bis es eben nicht mehr geht. Und dann kamen auch mal so Tage, wo er nicht so aktiv am Handy war. Aber da von ihm tagelang nichts kommt, die Schwester sagt sich irgendwann, also das stimmt doch irgendwas nicht. Der hat wahrscheinlich wieder irgendwas, aber dieses Mal ist es anders. Aber sie macht nichts. Und dann kam der 21. Juli 2018. Der 21. Juli 2018 war ein Samstag. Ein Motorradfahrer nutzt das Wochenende, um etwas durch die Gegend zu fahren. Das Wetter war perfekt. Als ihm um etwa 13 Uhr eine Frau auffällt, die am Straßenrand steht und mit den Armen rudert. Der Fahrer hält an. Die Frau ist ganz außer sich. Es ist Lana, Stevens Ehefrau. Die sagt, man muss ihr helfen. Ihr Mann liegt im gemeinsamen Haus vor den Stufen der Treppe zum ersten Stock. Er rührt sich nichts. Sie kann da nicht wieder reingehen. Der Motorradfahrer geht dann zum Haus. Ein Nachbar der Claytons, der Lanas Rufe gehört hat, kommt auch mit dazu. Sie gehen in das Haus und es stimmt. Steven liegt am Boden, vor den Treppen. Man tut sofort alles Mögliche, ruft die Behörden, aber es ist zu spät. Steven lebt nicht mehr. Im Vergleich zu anderen Fällen war das keine große Überraschung. Steven achtete null auf seine Gesundheit. Er war mittlerweile 64. Sein Körper hatte ihm schon lange das Zeichen gegeben, dass er etwas mehr nach sich gucken sollte, was er ist, dass er sich mehr bewegt. Das alles hatte er lange gekonnt, wegignoriert. Dass er eines Tages wohl einfach umfallen würde, das hatten ihm alle prophezeit, aber er wollte es nicht hören. Zugegeben, dass das schon mit 64 sein würde. Das war dann doch recht früh. Aber wie gesagt, die Zeichen, dass es so kommt, waren da und er wollte sich da nicht reinreden lassen. Schnell waren sehr viele Personen im Haus. Alle waren sich einig, viel ist hier nicht zu machen. Das Einzige, was möglich ist, ist für Lana da zu sein, weil Steven eben dort in dieser Gegend auch bekannt und beliebt war. Kommen erst einmal viele wegen Lana zum Haus, die sich nur langsam beruhigt und realisiert, was gerade passiert ist. Schnell waren auch zwei Neffen von Steven da. Einer war selbst Beamter. Der andere war seit Jahren für die Verwaltung von Stevens Dokumente verantwortlich. Und dieser Neffe wusste ganz genau, dass Steven ein unendlich durchgeplant, organisierter Mensch war. Er hatte schon vor Jahren schriftlich dokumentieren lassen, was alles geschehen soll, wenn er mal nicht mehr ist, was mit seinem Geld gemacht werden soll. Einiges sollte davon gespendet werden. Er wollte einige Projekte weiter finanziell unterstützen. Außerdem hatte er eine ganz klare Vorstellung davon, wie man sich einmal von ihm verabschieden soll. Darum geht der Neffe dann auch im Haus in das Büro. Er wusste ganz genau, wo diese Dokumente sind, die wollte er holen. Nur sind die nicht mehr da. Interessant. Dieser Neffe will dann mit Lana darüber sprechen, doch Lana meint, sie weiß nicht, was er meint. Steven hatte ganz sicher keine Dokumente, auf dem irgendwie draufsteht, wie alles geregelt werden soll. Doch der Neffe denkt sich sofort, nee, hier stimmt etwas nicht. Wie gesagt, er kannte jedes Dokument, das Steven hat aufsetzen lassen, insbesondere sowas. Er hatte es selbst gesehen. Steven hat es ihm gezeigt. So nach dem Motto, bin ich nicht mehr da, so soll alles geregelt werden. Weil es war auch die Aufgabe von dem Neffen, das alles dann zu organisieren. Also, wieso sagt Lana, diese Dokumente gibt es nicht, gab es nie. Das hat er doch nicht geträumt. Aber gut, der Neffe sagt sich dann, egal, das ist jetzt nicht so dringend. Es ging diesem Neffe auch erst einmal gar nicht ums Geld, sondern, wie soll der Abschied von Steve organisiert werden, das stand da auch sehr detailliert drauf. Wie gesagt, da hatte er sehr genaue Vorstellungen von den Blumen bis hin zur Musik, bis zu denen, die dabei sein sollen. Und das ist ja auch gut für Lana. Dann muss sie sich da keine Gedanken darüber machen. Sie muss nichts entscheiden, aber sie bleibt dabei. Nö, solche Dokumente gibt es nicht. Und sie hat dann auch direkt gesagt, sie möchte nicht, dass Steve noch einmal untersucht wird. Sie sieht keinen Grund dazu. Der ist halt einfach umgefallen. Seine Zeit war gekommen. Alle wussten, dass das so kommen wird. Sie will das alles jetzt einfach nur schnell hinter sich bringen, mit so wenig Papierkram wie möglich. Und da klingeln eigentlich bei allen Anwesenden die Ohren. Dokumente, die unsichtbar werden und Lana will alles rund um Steven nun ganz schnell über die Bühne bringen? Oh oh. Der Neffe, der Beamte ist, schaut sich dann im ersten Stock um und als er dann ins Schlafzimmer geht, traut er seinen Augen nicht. Ich erspare euch die Details, aber man kann sehr sicher davon ausgehen, dass Steven in den letzten drei Tagen im Schlafzimmer war, in seinem Bett und keiner hat nach ihm geguckt. Mindestens drei bis vier Tage. Das weiß man so genau, weil er offensichtlich in diesen drei Tagen nicht einmal auf der Toilette war. Das sah man an der Matratze. Als hätte Lana ihn einfach ins Schlafzimmer gebracht und drei Tage die Tür zugemacht. Was war hier los? Eine gute Frage ist auch, wo war Stevens Smartphone? Das war nirgends. Lana hat zum Zustand des Schlafzimmers nur die Antwort, dass es Steven halt nicht gut ging, aber sie hat die ganze Zeit nach ihm geschaut. Das letzte Mal gegen elf Uhr. Sie wollte kurz einkaufen gehen, hat geschaut, ob Steven noch etwas zu trinken hat. Da war er wach, ansprechbar. Alles war in Ordnung. Ja, der hat sich die letzten drei Tage in diesem Zimmer aufgehalten. Jeder weiß doch, wie er ist. Er wollte sich nicht helfen lassen und es ist nun mal so, dass ein Zimmer nicht das sauberste ist, wenn es einem nicht gut geht, aber das war wirklich eine andere Dimension. Und alle fragen sich immer mehr, was ist hier los? Lana war ja vom Fach, also selbst wenn sie sagt, hey, ich kann das nicht, kann gewisse Dinge nicht für ihn tun, in zehn Minuten hast du jemanden, der das für dich macht. Doch Lana will dann an dieser Stelle gar nicht mehr darüber reden. Irgendwann teilt sich das Ganze dann auf, jeder geht in eine andere Ecke, es bilden sich kleine Gruppen und Lana geht dann mit ein paar Freunden und Nachbarn in die Küche. Nur, was Lana offensichtlich nicht weiß, ist, dass das, was in der Küche gesprochen wird, kann man im Wohnzimmer sehr gut hören und Lana redet, wie die Personen im Wohnzimmer dann hören, sehr negativ über Steven. Der war kein guter Ehemann und endlich ist es mit ihm vorbei, sie ist so froh und wenn die Leute ja nur wüssten, wie der privat so war und fast schon am selben Tag beginnt Lana damit, Stevens Sachen zu verkaufen. Sie sammelt alles ein, was im Haus ihm gehört hat, persönliche Gegenstände und in den darauffolgenden Tagen kriegen alle Verwandte, Freunde Nachrichten, SMS so nach dem Motto, welche Klamotten willst du von ihm, sag Bescheid, ich tue alles weg. Spätestens nach der Szene in der Küche glaubt niemand mehr an einen Zufall. Wollte Lana ihren Ehemann loswerden? Aber warum? Steven war ein Goldflöckchen. Sie hatte an seiner Seite doch alles und selbst wenn ihr das nicht gereicht hat, sie hätte doch einfach gehen können, wie die anderen fünf oder sechs Ehefrauen zuvor. Man möchte dann, dass Steven untersucht wird, doch Lana erlaubt es nicht. Sie begründet das mit den Worten, dass Steven jemand war, der besonders in den letzten Wochen und Monaten alles eingenommen hat, was ihm Spaß macht. Sie ist sich sicher, das Testergebnis landet dann nur im Internet und dann werden sicherlich einige enttäuscht sein. Er hat doch so einen guten Ruf, den soll er doch behalten. Darum wird nichts dergleichen gemacht. Und naja, die Beamten, die den Fall bearbeitet haben, machen dann trotzdem einen Test. Man denkt sich, nee, hier stimmt etwas nicht. Dieses Ergebnis wollen wir haben. Egal, wir machen das jetzt einfach. Und wie sich herausstellt, war das goldrichtig. Das ohne die Einverständnis zu machen. Steven wurde etwas gegeben, so etwa ab dem 17. 18. Juli. Was genau, möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Es war etwas Chemisches, das man relativ leicht bekommen kann, wenn man weiß, wo. Es riecht nicht und in hoher Konzentration hört man auf zu atmen. Lana hat offensichtlich den Inhalt von Stevens Augentropfen ausgetauscht. Durch die Augen wird ja sehr viel aufgenommen, ganz schnell. Sie wusste das durch ihren Beruf und sie hatte auch das Wissen, das alles zu organisieren. Ja, es sind meistens die kleinen Dinge, die man nicht so auf dem Schirm hat und die sehr Großes anrichten können. Das, was Lana Steven da gegeben hat, wird so gut wie nie getestet. Es ist der Sorgfalt zu verdanken, dass man das Ganze überhaupt gemacht hat. Und naja, damals wurde darüber groß in den Medien berichtet. Das, was Lana Steven da gegeben hat, stand auch in der Zeitung und naja, zwei Wochen später hat ein Mann, der zwölf Meilen weit weg gewohnt hat, sich gedacht, jawohl, meine Ehefrau, die will ich auch loswerden und der hat das nachgemacht. Ja, wie gesagt, über die Augen nehmen wir ganz viel auf und ein paar Tropfen reichen aus, dass es mit jemandem, der völlig gesund ist, sogar ganz schnell vorbei sein kann. Damit ist nicht zu spaßen. Und wenn man das Ganze jetzt so sieht, passt eigentlich alles zusammen. Lana wollte offensichtlich Stevens Geld. Darum findet man auch gewisse Dokumente nicht mehr, die es ganz sicher gegeben hat. Gibt es keinen letzten Willen in South Carolina, kriegt die Ehefrau alles. Und darum ging es wohl. Man konnte sich Lanas Verhalten schon von Anfang an nicht erklären. Sie war ja auch vom Fach. Warum rennt sie auf die Straße, wenn sie nach Hause kommt und Steven da an der Treppe sieht? Im Haus waren zwei Telefone. Gut, man könnte argumentieren, wenn es der eigene Ehemann ist, kann man das vielleicht nicht klar denken, was zu tun ist. Aber warum ist sie runter zur Straße gerannt, anstatt bei den Nachbarn zu klingeln? Und gefühlte fünf Minuten später steht sie in der Küche, also so toll war er ja nicht. Und dass sie ihn mindestens drei Tage in seinem Bett hat liegen lassen, wahrscheinlich hat sie die Tür zugemacht, hat an diesem 21. Juli nochmal nach ihm geguckt, hat gesehen, okay, das sind seine letzten Minuten, so lange gehe ich einkaufen, damit ich mir das nicht anhören muss. Und sie hat dann wahrscheinlich dieses Mal nicht abgeschlossen. Und er hat wahrscheinlich noch versucht, mit letzter Kraft aus dem Bett herauszukommen. und irgendwie ein Telefon hat er gesucht und er kam nicht weiter als die Treppe runter. Man mag sich das kaum vorstellen. Man sagt sich dann, Lana soll das Ganze doch selbst erklären, man ladet sie zum Gespräch ein. Erst einmal hat man so getan, als wäre alles in Ordnung, dass man noch überhaupt keine Ahnung hat, bis man Lana dann präsentiert, dass man genau weiß, was sie getan hat, wie sie es getan hat. Aber sie reagiert überraschend entspannt auf diese Nachricht. Sie meint, schön für euch, wenn ihr das herausgefunden habt, aber es war alles ganz anders. Den Inhalt der Augentropfen auszutauschen, das hat Steven selbst seit vielen Jahren gemacht. Er hat dieses Mittel sich grundsätzlich morgens auch in den Kaffee geschüttet, zum munter werden. Sie hat damit nichts zu tun. Wie gesagt, er macht das seit Jahren, weil er nicht mehr so fit ist. Und dieses Mal hatte er einfach zu viel genommen. Dass die Schlafzimmertür abgeschlossen war, das kann ja keiner beweisen. Sie ist nicht verantwortlich für das, was war. Lana ist vom Fach. Sie sollte eigentlich wissen, dass man das ganz einfach nachweisen kann. Und so war es. Laut Bericht vor zwei bis drei Tagen, der Inhalt der Augentropfen war vor mindestens drei Tagen ausgetauscht worden und Steven hatte nichts anderes genommen. Man tut dann aber wieder so, als wäre man auf Lanas Seite. Man sagt ihr, okay, die Antwort reicht uns, sie dürfen nach Hause gehen. Der Plan war, Lana ein paar Tage zu beobachten, einfach um noch ein paar Beweise zu sammeln, damit man einfach mehr hat, um das Ganze dann lückenlos aufzuklären. Aber kurze Zeit später meldet sich ein Nachbar aus dem Haus der Claytons kommt ein komischer Geruch. Der Anruf kam rechtzeitig. Als man die Tür zum Haus öffnet, findet man Lana im Bett. Sie hatte etwas genommen, damit sie einschläft und sie hat in der Küche den Gasherd angemacht. Das war das, was der Nachbar gerochen hat. Lana wollte alles beenden, aber man hat sie rechtzeitig gefunden. Beim kommenden Prozess würde sie anwesend sein. Man hat viel und oft versucht, mit Lana zu reden. Sie meint, Steven hatte ein zweites Gesicht. Er war kein guter Ehemann. Man musste bei ihm genauso sein, wie er es will. Er war derjenige, der das Geld hatte. Sie musste gehorchen. Lana meinte, es war nicht richtig, so schnell zu heiraten. Ja, sie hätte aber nie gedacht, dass er so privat ist. Er setzt seine Meinung durch und hat auch im Schlafzimmer Dinge verlangt, die sie nicht wollte. Zu Hause war er einfach ein ganz anderer Mensch. Sie hat es dann auch irgendwann mal zugegeben. Ja, sie war es, aber sie wollte einfach nur weg von ihm. Man hat dann nachgeforscht. Es gibt keinerlei Beweise für Lanas Schilderungen. Das Einzige, was man nachweisen kann, ist, dass Stevens gesundheitliche Probleme angefangen haben, als er Lana geheiratet hat. Man denkt, sein Geld zu erhalten, war von Anfang an ihr Plan. Man hat Stevens Smartphone nie gefunden. Sie hat es wahrscheinlich in den See geworfen. Die Dokumente, die es angeblich laut Lana nie gegeben hat, die hat man dann gefunden. Und zwar Schnipsel und Konfetti davon waren im Kamin. Lana hat während der gesamten Ehe aktiv und auch mehr als offensichtlich versucht, Steven loszuwerden. Es gibt da diese Geschichte, zwei Jahre bevor das passiert ist, Lana und Steven waren manchmal gerne zusammen draußen in der Natur unterwegs und wenn es so war, dann haben sie sich auch ihr Abendessen selbst organisiert. Und es gibt da diesen Bericht, wie gesagt, zwei Jahre vor alledem. Lana hat an einem Abend eine Armbrust gereinigt, hatte damit schon angefangen und hat dann irgendwie mittendrin vergessen, wie das geht. Sie geht dann mit diesem Gegenstand zu Steve ins Schlafzimmer, um ihm zu fragen, wie sie das reinigen muss. Als sie sieht, dass er schläft, dreht sie sich um, will aus dem Zimmer gehen und kommt dann an den Auslöser. Steven wird getroffen, am Nacken. Das Ganze war eine sehr knappe Kiste für ihn, aber es ging dann doch noch alles gut aus. Lana hat nach dieser Nacht gesagt, das war ein Versehen. Sie kam irgendwie an den Auslöser und Steven unternimmt anschließend nichts. Er glaubt ihr. Und das ist eventuell des Rätsels Lösung. Lana war einst mit einem Mann zusammen, der mit ihr all diese Dinge gemacht hat, die ich vorhin gesagt habe, nur war dieser Mann nicht Steven, sondern ihr erster Ehemann. Lana war wohl in jungen Jahren einmal verheiratet, die Ehe lief überhaupt nicht gut und sie kam da auch nur sehr knapp wieder heraus. Sie selbst wollte danach nie wieder heiraten, wohl auch nie wieder eine Beziehung haben, aber dann ist sie Steven begegnet und hat sich vielleicht gedacht, okay, der ist anders, der ist nett, der hat außerdem Geld, der kauft mir, was ich will, der ist sehr romantisch, der schreibt mir Briefe, schenkt mir Blumen und vergöttert mich. Man weiß nicht, ob Lana am Anfang glücklich war oder ob sie von Anfang an gedacht hat, ja, das ist die Chance, auf die ich immer gewartet habe, Steven ist mir egal, ich will nur sein Geld und dann habe ich für immer meine Ruhe. Lanas Vergangenheit hat sie wieder eingeholt, Steven war immer nett und respektvoll, es gab so viele Leute, die ihn verteidigt haben, die gesagt haben, der war halt einfach zu nett, das war das eigentliche Problem mit ihm, der hätte niemals irgendwas gemacht, das Lana nicht will, nie. Er war jemand, er liebte seine Partnerin, aber das alles ist nur eine Theorie, dass Lana von Anfang an eben nur dieses Geld haben wollte, das Wieso, Weshalb, Warum werden wir im Detail nie erfahren. Vor Gericht wurde Lana gefragt, wenn die Ehe anscheinend so war, wie sie schildert, in dieser einen Nacht, wo sie aus Versehen an den Auslöser gekommen ist, man hat ihr gesagt, ist alles in Ordnung in dieser Ehe? Ist dein Ehemann nicht gut zu dir? Willst du da raus? War das eine spontane Aktion, weil du vielleicht nicht mehr konntest, weil du dir gedacht hast, wenn ich dem sage, ich verlasse ihn, dann macht er irgendwas, weil er hat mehr Geld oder so, das ist ja oft so und Lana hat gesagt, nein, es war wirklich ein Versehen und das hat man ihr halt vor Gericht dann vorgelesen und hat gesagt, ja, wenn die Ehe anscheinend so war, wie sie das schildert, warum ist sie dann zwei Jahre zuvor nicht da raus, als man ihr das angeboten hat? Das wäre kein Thema gewesen. Steven hätte Lana nie wieder gesehen, wenn sie gesagt hätte, ja, der ist nicht gut zu mir. Darauf hatte sie keine Antwort. Wer jetzt Recht hat, kann man hier nicht mehr sagen. Tatsache ist, Steven hat das nicht verdient. Seine Gutmütigkeit und sein großer Wunsch, eine Familie zu haben, brachte ihm sein Ende. Das mit den Augentropfen war eigentlich ein brillanter Plan. So ziemlich alles, was man da rein tut, kann sehr viel anrichten. Der Mann, der das, was Lana da gemacht hat, zwei Wochen später nachgemacht hat, der wurde umgeht, eingesammelt und mittlerweile ist es auch so, in dieser Gegend, in der Steven gewohnt hat, egal wie jemand umkommt, jeder wird auf dieses Mittel getestet und auch allgemein macht man da alle Tests, die es gibt, ohne Zustimmung, weil es eben damals direkt jemand nachgemacht hat. Ja, Augentropfen hat jeder von uns zu Hause. Das macht man einfach unglaublich. Lanas Vergangenheit wird ihr dann angerechnet, sie bekommt 25 Jahre. Viel zu wenig findet Stevens Familie, sie waren beziehungsweise sind der Meinung, das hat die nur erzählt, damit sie nicht 50 bis 75 Jahre kriegt. Steven war ein unglaublich toller, netter, großzügiger Mensch und Lana wollte einfach nur das Geld und sie hat es geschafft, einen der brillantesten Menschen zu täuschen. Wie immer frage ich zum Schluss, wer kannte diese Geschichte? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.